Dies ist ein Krieg ohne Ende. Ein Krieg gegen zwei Feinde. Dies ist euer Kriegssoldat. Und der Preis wird hoch sein. In diesem Kreuzzug gegen die sonnenverfluchten Elios und die verhassten Balaur werdet ihr Freunde verlieren. Tötet sie! Verlieren? Niemals! Ja, und mehr als Freunde. Aber ihr seid Deva von Asmoday. Und eure Pflicht ist euer Leben. Ihr wurdet für diesen Krieg geboren. Für die Ewigkeit. Für Asmoday. Es gibt kein Entkommen. Du bleibst bei mir. Bitte. Wacht auf, wacht auf. Wacht endlich auf. Was euch erwartet? Der Aufstieg in den Stand der Deva, der Unsterblichen auf leisen Schwingen, in Asfels Schatten. Asfelumbra, Deva. Und mit dieser gelungenen Tanzeinlage begrüße ich euch alle zu unserem ersten Part von Let's Play Together Iron 4.0. Ich bin Sana-Chan. Wer ein Part Null gesehen hat, kennt mich bereits. Und nun möchte ich euch die anderen drei Mädels vorstellen, die zusammen mit mir, ich hoffe ihr überlebt es, dieses große Ereignis wagen. Fangt mal bitte an euch vorzustellen, dass jeder weiß, wer ihr seid. Also, ich bin die Yu, auch hier als Zenith bekannt. Hier, 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 hier. Okay. Nächster. Nächster, bitte. Ich bin Yu und ich bin Robin. Hey! Hey! Okay. Unsere zwei NGs übrigens. Wie sind die zwei NGs? Und ich bin Corrie und ich spiel hier einmal Mäh. Unsere einzige Magierin. Die alte Klasse. Alle retten. Okay. Ihr müsst mich nur beschützen. Also, wir sind alle noch ziemlich nubig. Naja, kann man so nicht sagen, nur mit den neuen Klassen. Ja. Okay. Hättig mit den neuen Klassen, klar. Ich bin jetzt sowas von sterben. Oh ja. Haha. Also, wenn nicht ihr stirbst, dann ist das schon ein Wunder. Es ist peinlich. Ja, das ist extrem peinlich. Okay, Leute. Wo war nochmal der erste Quest? Das ist so lang her. Äh, der Typ wieder unten. Der Typ wieder unten. Dann gehen wir zu dem Typ wieder unten. Okay. Ich kenn vor. Asak, ne? Asak. Asak. Ah, das klingt wie Sack. Asak. Okay. Doppelklick zum Ansagen. Was ist mit mir? Ja, gell. FSK. Puh. Okay, ich hab keine Ahnung, was wir machen müssen, weil... Wer von euch liest sich das durch? Keine Sau. Äh, äh, ich nicht. Okay, keine Sau. So, kurz zur Erklärung von der Steuerung, für die, die Eier nicht kennen. Laufen, W-A-S-D, ganz normal. Maus, kann man frei bewegen. Mit Rechtsklick, B-W-M, kann man sich umsehen. Ist ja praktisch beim Laufen, da muss man einfach nur auf W drücken. Und wir müssen jetzt mit diesem Typ wieder labern. Wander. Ich hoffe, das Schicksal findet euch bei Kaffee. Rennst du mal nicht weg, Juhu? Nehm, habt ihr beide angenommen? Hey, renn mir nicht weg. Ja, wir sind Juhu hinterher. Wir haben nur einen Bildschirm. Hey, ich hab... Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Wo seid ihr? Wenn ich gute. Hey, mein... Ach, da hinten. Ihr seid böse. Nein, nein, wir werden angreifen müssen. Oh mein Gott, so ewig her. Oh, danke, ihr killt ihr jetzt für mich und ich stehe nur dumm da. Ich sammel Aspha. Töpö! Ey, Corrie geht mal gar nicht. Okay, ja, ich weiß. Und ich sammel gerne. Ich sammel das auch, weil... Das ist bei Sarres so nervig, weil ich das nie gemacht habe und jetzt kann ich nichts sammeln. Also immer zu empfehlen. Ähm, mir fehlt noch einer. Hey, Sprigg aber halt, komm mal her, dass ich dich töten kann. Bibi, die kommen leider erst am Level 10. Ich hab's aber gerade gesehen. Oh, wir warten. Ja, ihr seid lieb und wartet, weil... Ich muss noch mit ihr klarkommen. Okay. Amelday, die looten halt... Wir haben das echt geil gemacht, dass es jetzt so ein extra Fenster gibt für die Quests, wo die dann noch reinhüpfen. Ist das jetzt auch nicht mehr begrenzt? Ich weiß es nicht, aber das Fenster ist auf jeden Fall begrenzt. Ja, aber es kann ja sein, dass man dann noch so ein Scroll-Walken hat. Ich weiß es noch nicht. Meine Flügelchen! Flügelchen! Was müssen wir machen? Na, annehmen. Okay, Sprigg mit. Wo ist denn der? Wo ist der? Der ist da. Wollen wir Follow You machen? Wem? Wer folgt wem? Mir! Dann bleib stehen! Dann bleib stehen! Okay, rechtsklick, folgen. Du kannst rennen. Ja. Ach, ich find das so toll. Da muss man überhaupt nix machen. So schön in Reih und Lieb. Ja, wir können so wunderbar faul sein jetzt. Und ich bock hier ab, ey. Ich glaube, dass jemand nicht in die falsche Richtung rennt. Solange kann ich die Quests alle mal ausschalten. Solange kann ich dich mal anschalten. Bitte? Was meinst du? Das ist irgendwie cool. Ein, äh, ich weiß nicht, was es sein soll. Ein Buchszeichen-Instrument. Genau. Könnt ihr mich bitte Sana nennen, wenn's geht? Wir haben so eine erste Umfrage, Mädels. Oh. Ah, genau. Nein. Doch. Doch, doch. Ah ja, eine Nachricht ist eingetroffen. Die Tropfen wollen das Laufen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Immer schön ausfüllen. Nie vergessen. Ah, perfekt. Dankeschön, You. Wolltaschen, Herr Steck. Alter, wie kann ich das Wort nicht? Das ist ja nicht in dem Arsch. Ja. Okay. Ich nehme auch gleich den anderen noch ein. Hey, na na. Ah, da. Dabei schickt uns gleich weg. Sicher, ich nehme mir das Wort. Nee, nee, stimmt, der will, dass wir das Obst holen. Ja. Einmal Obst. Einmal Obst, bitte. Obst, bitte. Obst, bitte. Ich nehme mir das Wort. Ah, ich wollte... Nein. Nein, oben, 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 oben. Mein, 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 mein. Nein, nein, du gehst nicht in mein Gebiet. Oh, doch. Nein, nicht du. Ich meine Corrie. Ach so. Wer zuerst hier. Zyp. Ich wollte gerade W-Doppelklick machen, um schnell zu rennen. Dann ist mir eingefallen, das geht nur bei Minecraft. Kann wir verwechseln hier etwas? Nein, 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 nein. Die Grafik sieht auch so ähnlich aus, ne? Oh, richtig. Ah, Obstkorb, Obstkorb. Ah. Scheiße. Sehr nett. Du bist doof zu mir. Ich habe einen, ich habe einen. Ja, toll. Aha. Ich habe gerade mal einen. Ein dritter. Helewe. 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 Hat dein Zyp. Krieg hier, oder wat? Ja. Wir müssen doch die Leute unterhalten, Bibi. Hm. Bitch, wei. Entschuldigung, New. Ich muss mich da auch dran gewöhnen. Tut mir leid. Yay. Tot. Death by Chocolate. Oh. Sollen wir das machen, dass wir in unsere alte Legion gehen, oder machen wir eine neue? Ich bin mit meinem alten Kara noch hier irgendwo in der Gegend. Da kann ich ihr gerade dann einladen. Oder wir fragen einen von den anderen. Ja, ähm. Melle-Chan ist auch noch hier. Miko. Ja. Ja, die, die, die. Ich springe über ein Haus. Ich kann es einfach. Sie soll uns dann mal treffen. Ja, sie kann halt zur Zeit. Ich brauche Obst. Ja, ich weiß. Ja. Das Obst hier oben bei mir ist wieder gesporn. Wie kommen wir so lange im Obst finden? Genau. Bei mir das Obst ist wieder gesporn. Ich hab, ich hab. Wir müssen aufpassen, dass wir den Part nicht überziehen, weil ich hab doch so langsames Hochlade-Internet. Aha. Kannst du denn nicht? Ich kann, äh, doch, aber ich will, ähm, zu jedem Part Ende will ich auch sagen Tschüss. Ich will das nicht wie Kronk machen, das tut mir leid, das nervt mich ein bisschen. Dass das einfach ein bisschen drin aufhört? Ja, genau, und dass irgendwann mitten in der Folge dann so, er sagt Hi, Willkommen zur nächsten Aufnahme. Das ist sein Bier, das machen wir nicht. Okay. Wir sind lieb, ne? Leute, wartet auf mich, ne? Ich muss noch Vitamine einsammeln. Dito. Ah, ich hab einen, ich hab den letzten. Nein! Wow. Grad will ich zu dem Korb und dann macht sich da Robin zur Sache. Äh. Hä? Mein Deutsch ist ganz schlecht gerade. Aha. Das ist mal von dir gewohnt. Hey, gib mir den Korb. Ich brauch einen Korb, verdammt. Gib mir Obst. Ich muss mich gesund ernähren. Hab ich heute schon. Na, ich auch. Lecker Dünne. Ah, okay. Kleine Freundschaft ans Frage. Einfach frei. Ich wollte schon wieder rennen mit Doppel-W. Oh, ich warte lieber hier auf euch, ansonsten werde ich gleich nach Alden teleportiert. Ich glaube auch, ne? Oh, ah stimmt, da kommt gleich die Zwischensequenz. Ich glaube auch, ne? Da kommt gleich die Zwischensequenz. Ah, Ust. Äh, da kommt keine Zwischensequenz. Tut mir leid, da kommt diese Teleportation, ja. Ja. Ich bin dumm. Ja. Danke, dass ihr mir da zustimmt. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht hören. Äh, bei welchem seid ihr gerade noch im Gespräch mit Vanar? Ich renne gerade hin, ich hab gerade erst den letzten Korb. Ich bin kurz davor anzuklicken. Was habt ihr euch denn ausgedacht? Äh, man wird erst teleportiert, wenn man hier auf ihr schließt die Augen klickt. Ja. Also so lange braucht ihr eigentlich nichts zu befürchten. Okay. Ähm. Warte, nein, schreibe. Was denn? Ich muss noch Jügelfunkler, Hochlandsparkler und Leuchtkugeln sammeln. Ja, schon gemacht. Oh, Leute. Jetzt, ihr dürft uns nicht wegrennen. Ich mach keine Splitscreens. Ich mach keine Splitscreens, das ist zu aufwändig. Okay. Hochlandsparkler, hi, Jungruder. Warte mal, wird das nicht auch dann auch für uns gemacht? Machen wir das jetzt nicht zusammen? Ne, ne, nur wenn die Quest ausgewählt ist. Jo, mein ich. Ja, und auch nur, wenn es eben kein Sammelquest ist. Das ist das Sammelquest. Ach, fuhr. Stimmt. Hm. Ja, cool. Halt. Ah, Spartler, komm her, ich will dich killen. Funkler, Funkler, Funkler. Hey, du Funkler. Ich bin so froh, dass sie hier noch kein Präventiv haben. Oh, ich hab so ne schöne Range, ey, das macht so Spaß. Ich auch. Ja, das ist was völlig anderes, wenn man Gradiatur gewöhnt ist. Ach, ich bin's eh schon gewöhnt. Ach, Claris, ich liebe Claris immer noch. Kann ich nur jeden empfehlen. Komm her, Spartler, ich mach dich fertig. Ah, okay. Wander, 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 Wander. Ich will kriegen. Künstler können sich nicht heilen, gell, die haben nur den Verband. Mhm. Ach, Mann, oh. Das wird nicht. Außer du hast irgendwann einen, das weißt. Ich weiß nicht. Hey, den wollte ich grad killen. Sorry. Hi, Baby. New. Ach, da. Oh, du tust schön auf dem Boxen. Hochlandsparkler, komm her. Oh, ein Groupie. Groupie? Auf dem Boxen passen. Ah. Ich kann mal gucken. Habt ihr schon abgegeben? Nein, noch nicht. Oh, ich brauch noch eine Kugel. Ich brauch noch eine Kugel. Meine Mannscherbe kann ich mal ausrüsten. Den Verband hab ich. Schriftrolle des Laufens. Hell yes. Ach, stimmt. Du legst die immer runter, ne? Mach ich bei den Schriftrollen irgendwie nie. Ich auch nicht. Jeder hat auch immer einen Dementar dafür. Boah, das dauert mich viel zu lange besser, wenn ich von so einem Mob wegrennen will. Ein Drück war einfach nur I. Eben. I gedrückt und fertig. Ja. Das ist New zu aufwändig. Okay. So, habt ihr alles dafür denn mit den Kugeln? Äh, warte, ja. Bei mir steht jetzt, ihr schließt die Augen. Echt? Mir auch. Okay, ich drücke und tschüss. Okay. Aldel. Und wusch. Wir sind so extrem weit weg. Oh, ineinander glitschen, ineinander glitschen, ineinander glitschen. Ineinander glitschen. Fanage steht doof. Daneben werden wir anderen drei ineinander glitschen. Okay. Irgendjemand glitscht auch mit der Stimme gerade eben ganz drückbar. Ja, das geht gerade echt an meinen. Wieso? Ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts. Ähm. Ich geh... Wow! Okay. Iron. Frames gibt böse. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Obelisk, bitte. Oh, ja, genau. Ganz wichtig, dass wir uns an den Obelisk anbinden. Und unten kannst etwas... ...doch werden. Ja. Wenn wir dann sterben, wär nicht so schön. Nee. Ich werd die Pistole. Der Kerl beim Afro ist geil. Afro... Afrozirkus... Afro... Entschuldigung. Ja. Pug-a-ら pug-a-pug-a-pug-a... Das willst du?! ASFEL Umbra... ASFEL Umbra. Ich liebe dieses Wort. Wieso hat der Auf friendly Aho... Alter, der Afro sieht aber echt nicht schön aus... Es tut mir leid. Der ist nicht nervig. Jetzt bist der ganz dei-party! Seitensitument des Angreifers... Ok. Ich habe ein äff射-Gewolver das Angreifert. Wo ist eigentlich mein Quest-Spiel? Ah, Ingenieur-Ausbilder, da bei den Speer-Ausbilder. Und wer ist der Künstler-Ausbilder? Oh ja, ich seh, 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 seh. Wo bist du? Seid gegrüßt. Ich bin bei dem Speer-Ausbilder. Oh Gott, was ist der? Der ist... Warte, ich springe auf dir. Was? Hier. Hier. Ich seh doch nicht mal springen, Bibi. Ach, Nio. Ich mach mal die neue Marse. Ähm, neben den Obelisten. Hey. Die sieht überhaupt nicht anders aus. Och, das ist ne langsame Einschlag-Wasch. Ah, nebisch. Was kann ich denn verkaufen? Oh cool, ich kann zwei Waffen ausrüsten. Dich kann ich verkaufen. Oh Gott, ist die süß. Blitzschlag, klein Blitzschlag. WTF. Ähm, Lia... Lia machen wir den auch gleich, oder sollen wir den später machen? Schmeißchen. Ich würde mal sagen, wir nehmen schon mal alle Quests erstmal, die wir kriegen können. Warte, ich rüste gerade ne neue Waffe aus. Habe ich schon. Also dann mal einfach nur, dann mal einfach nur die, äh, die Kampagnen-Quests machen, oder gleich alle auf einmal? Ich würd alle machen, dass, ähm, das die Leute sehen, was es alles gibt für Quests. Such, auswählen, nicht vergessen. Okay, Leute, dann nehmt alles, was ihr in der Quests geht. Ich, ich glaube, ich erweitere auch gleich meinen Würfel. WTF, schon? Ja, Bibi, äh, New, das ging, das ging ganz schnell bei mir. Das war schlimm. Ich habe mich so ewig aufgeregt, weil ich nicht wusste, wie man den erweitert. Oh. Ja, das war doof. Oh, ich darf Slicks töten. Ah, Inventarglitsch bin ich in den Quests. Dankeschön. Yay, ich habe den zweiten Würfel. Yay, ich auch. Ich auch. Wie sie jetzt alle trotzdem den Würfel erweitern, obwohl sie mich gerade für doof gehalten haben. Nö, ich halte dich nicht so doof, das ist immer gut. Ich halte dich trotzdem gleich gesucht. Ich halte dich nur irgendwo heim. Ich hoffe, das Schicksal findet euch bei ihr. Ich sag's ehrlich, ich hasse meinen Internet. Ich bin so froh, seit dem Umzug wenigstens ein bisschen gutes Internet zu haben. Ja, gib ruhig ein, mein, ist echt okay. Ich, ich lasse mich auch mal gleich segnen. Oh, segnen. Ja, segnen nicht vergessen. Stimmt gerade. Klick, 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 warum kann ich mich nicht... Oh, ich habe eine Cutscene. Warum? Ah, Geschwisterliebe ist immer eine Cutscene. Nee, nee, nicht Geschwisterliebe, ich bin schon bei Bo mehr. Achso. Ja, man kann nicht das wollen. Man kann nicht... Das ist auch eine Art von Segen, das ist dämlich. Halt die Klappe. Hopsache, wir haben es Leben. Hoch, ich bin ein Rapskipp. Ich bin schon wieder an dem... Okay, ich gehe jetzt auch mal ins Büro, mach. Sollen wir dann zu mir weg? Zu wem? Mit Kerl, da unten. Warte mal kurz, dann kann ich nicht... Nee, ich mache jetzt die Liamquesseln. Wenn ihr ein wenig sucht, solltet ihr eine Menge Kornsäcke finden. Oh, ein Vogel. Oh, Vogelie. Hieß der gerade OMG? Ich habe leider nicht gesehen, ich hatte gerade die Cutscene. Und mit dieser Cutscene beenden wir mal Part 1. Ciao. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und wir werden nicht so nubig bleiben. Nein, hoffentlich. Ich denke, wir versprechen es jetzt. Ja, ja. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüssi.